Eine Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Schornburg-Martin-Hagen. Das Objekt wurde 1976 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 67 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 460 Euro. Wohntraumimmobilien beantwortet gerne Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.